Geschwindigkeitsvergleich, 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 ich schreibe lieber in Steno als in Langschrift, Langschrift, man sieht, wie viel schneller es geht, wenn wir Texte in Stenografie schreiben. In diesem Fall geht es um die Redeschrift nach der Wiener Systemurkunde, Systemurkunde, kürzlich mal ab. In Kortschrift würde das heißen, ich mache es mal in Rot, Wiener Systemurkunde. Dann schreibe ich noch eine weitere Zeile, damit diese Seite, das wird nicht auch viel kürzer haben können, durch Verschmelzung, diese Seite, das S wird einmal genutzt, im Kürzel dies und auch als Anfangsbuchstabe für Seite, damit diese Seite sich füllt. Vieles, wie vieles, ließe sich doch noch stärker abkürzen. Mats, mal, punkt.